Herzlich Willkommen zur B1 Mündliche Prüfung. Mein Name ist Angela Huber, ich bin die Prüferin. Heute haben Sie die Mündliche Prüfung. Die Mündliche Prüfung besteht aus drei Teilen. Teil 3 Gemeinsam etwas planen, Dialog Die Situation Sie möchten gerne nächste Woche gemeinsam ins Museum gehen. Die Aufgabe Planen Sie zusammen, was Sie dafür tun könnten. Und hier sind einige Notizen. Welches Museum? Wann? Tickets? Was sehen? Wie lange? Weitere Vorschläge? Wenn Sie bereit sind, fangen Sie damit an. Hallo Lisa. Wie geht es dir? Hallo Klaus, mir geht es gut, danke, und dir? Mir geht's auch gut, danke. Ich wollte dich fragen, ob du Lust hast, nächste Woche das Museum zu besuchen? Ja, gerne. Ich liebe es, ins Museum zu gehen. Welches Museum möchtest du besuchen? Ich dachte an das Kunstmuseum in der Innenstadt. Dort gibt es eine neue Ausstellung. Was denkst du? Das hört sich spannend an. Welche Art von Kunst wird in der Ausstellung gezeigt? Es ist eine zeitgenössische Kunstausstellung. Es gibt Gemälde, Skulpturen und Fotografien. Wie wäre es mit nächstem Samstag? Da haben wir genug Zeit, uns alles anzusehen. Samstag ist gut für mich. Um wie viel Uhr sollten wir uns treffen? Wie wäre es, wenn wir uns um 10 Uhr morgens treffen? Das passt perfekt. Dann haben wir den ganzen Tag, um die Kunst zu genießen. Genau. Ich freue mich schon darauf. Jetzt sollten wir über die Tickets sprechen, wie viel kostet der Eintritt. Ich glaube, der reguläre Eintrittspreis beträgt 10 Euro. Aber vielleicht gibt es Ermäßigungen für Studenten. Ich glaube, der reguläre Eintrittspreis beträgt 10 Euro. Aber vielleicht gibt es Ermäßigungen für Studenten. Verstehe. Ich bin Student, also sollten wir nach Ermäßigungen fragen. Ja, wir könnten uns vor Ort erkundigen oder die Webseite des Museums besuchen. Gute Idee. Wir sollten uns auch über die Anfahrt dorthin unterhalten. Wie möchten wir zum Museum gelangen? Gute Idee. Wir sollten uns auch über die Anfahrt dorthin unterhalten. Wie möchten wir zum Museum gelangen? Wir könnten die U-Bahn nehmen. Die Station ist in der Nähe des Museums. Das ist praktisch. Welche U-Bahn-Linie nehmen wir denn? Das ist praktisch. Welche U-Bahn-Linie nehmen wir denn? Wir könnten die U-Bahn-Linie 2 nehmen. Sie fährt direkt zum Museum. Super. Wir sollten uns überlegen, welches U-Bahn-Ticket wir brauchen. Hast du da eine Idee? Ja, wir könnten ein Tagesticket kaufen, damit wir den ganzen Tag fahren können. Wie findest du das? Das ist vernünftig. Jetzt sollten wir überlegen, was wir noch im Museum sehen möchten. Das ist vernünftig. Jetzt sollten wir überlegen, was wir noch im Museum sehen möchten. Auf jeden Fall möchte ich die Gemälde der berühmten Künstler sehen. Ich auch. Und vielleicht könnten wir uns eine Führung buchen, um mehr über die Kunstwerke zu erfahren. Das ist ein guter Vorschlag. Eine Führung würde unser Museumserlebnis bereichern. Gut. Müssen wir eigentlich unser Mittag, Essen mitnehmen? Im Museum gibt es oft ein Café oder ein Restaurant. Wir könnten dort essen. Ist das okay für dich? Ja, aber wir könnten trotzdem ein paar Snacks mitnehmen, falls wir zwischendurch Hunger haben. Was hältst du davon? Ja, das ist in Ordnung. Ein paar Snacks und Wasser sollten ausreichen. Sehr gut. Wie lange möchten wir im Museum bleiben? Sehr gut. Wie lange möchten wir im Museum bleiben? Ich denke, wir könnten den ganzen Tag dort verbringen, um alles in Ruhe anzusehen. Was denkst du? Das hört sich nach einem tollen Plan an. Dann sollten wir uns auch überlegen, was wir danach machen möchten. Wie wäre es, wenn wir nach dem Museum noch einen Spaziergang in der Innenstadt machen? Wie wäre es, wenn wir nach dem Museum noch einen Spaziergang in der Innenstadt machen? Das ist eine gute Idee. Die Innenstadt ist lebhaft und es gibt viel zu entdecken. Absolut. Und um wie viel Uhr möchten wir zurückfahren? Absolut. Und um wie viel Uhr möchten wir zurückfahren? Wir könnten flexibel sein, je nachdem, wie lange wir in der Innenstadt bleiben möchten. Wir könnten flexibel sein, je nachdem, wie lange wir in der Innenstadt bleiben möchten. Wir könnten die U-Bahn nehmen, wann immer es für uns passt. Genau. Wir sollten uns auch über die Kleiderordnung informieren. Ja, stimmt. Einige Museen haben bestimmte Kleidervorschriften. Wir sollten uns darauf vorbereiten. Ja, vielleicht sollten wir bequeme Schuhe tragen, da wir den ganzen Tag unterwegs sein werden. Ich stimme dir zu. Bequeme Schuhe sind wichtig, um die Kunst in Ruhe zu genießen. Ich stimme dir zu. Bequeme Schuhe sind wichtig, um die Kunst in Ruhe zu genießen. Und vielleicht könnten wir einen Stadtplan mitnehmen, um uns besser zurechtzufinden. Tolle Sache. Ein Stadtplan ist immer hilfreich, um nicht die Orientierung zu verlieren. Tolle Sache. Ein Stadtplan ist immer hilfreich, um nicht die Orientierung zu verlieren. Wir sollten auch daran denken, unsere Handys aufzuladen und genügend Speicherplatz für Fotos zu haben. Definitiv. Wir möchten Erinnerungen an unseren Besuch festhalten. Ich freue mich schon auf unseren Museumsbesuch. Ich auch, es wird sicherlich ein tolles Erlebnis. Auf einen aufregenden Tag im Museum und in der Innenstadt. Auf einen aufregenden Tag im Museum und in der Innenstadt. Auf einen aufregenden Tag im Museum und in der Innenstadt. Ich bin großartig. workers Bekommitt. Ich sehe mich jetzt über eine Unterricht. Für mich sein ngày harta Auge. Ich bin großartig. Ich bin großartig. Ich bin großartig. Ich bin großartiger. Ich habe mich sehr gut.